Nächstes Wochenende bei Nickelodeon. Liebe liegt in der Luft. Ob man sie liebt oder sie hasst. Seid sicher, dass ihr jemandem zeigt, wie ihr fühlt. Und wenn ihr nicht wisst, wie... dann schaut einfach den Valentinstagsmarathon zusammen. Verpasst nicht den Valentinstagsmarathon. Nächstes Wochenende um 11.45 Uhr bei Nickelodeon. Wir zeigen auch nichts Kitschiges. Vielen Dank.